Ulululu, Amen Nome Nostradamus Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Subnautica Below Zero. Weiter geht's. Wir springen da jetzt mal drüber. Oder müssen wir irgendwas aktivieren. Aha. Aha. Hydraulikpatrone. Toll, da müssen wir nochmal wiederkommen. So viel dazu. Ich meine, hätte ich da nicht einfach drüber springen können? Aber dann reparieren wir einfach lieber das mit dieser Patrone. Warte, das ist cooler. Würde ich mal sagen. Dann gehen wir jetzt mal runter zu der Eiswand. Und können den Canyon hier auch mal weiter untersuchen, würde ich sagen. Hätte ich doch bloß ein Fabrikatormodul bei mir. La Paloma, oh he. Wir spazieren gerne durch den Canyon. Oh, Landeplatz. Das coole ist, ich dachte der Roboter ist scheiße animiert. Weil er sich so kacke dreht. Aber man, man fühlt richtig, wie mechanisch er sich dreht. Ja, also das macht, das ist schon ziemlich cool. Und das ist auch jetzt ziemlich cool. Landeplatz, aber... Ich meine... Wofür? Gucken wir jetzt mal hier nach. Ach guck mal, hier ist sogar eine Bucht! Haben wir da durch die Eiswand gekonnt oder so? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich... Sad is the question. Wir lassen das mal stehen. Weil... Wenn es da schon so liegt. Was zur Hölle? Spähpinguin? Habe ich mal auf ne Bild gesehen. Ist das tatsächlich ein Ding? Den baue ich wahrscheinlich hier für. Siehst du, den müssen wir auch bauen. Aha. Okay, dann gehen wir mal da oben rein. Und gucken mal. Toll. Wie? Ich sterbe jetzt hier wegen so nem Eiszapfen. Oh. Kommen wir bekannt vor die Höhle. Ach so, aber hier ist auch alles im Arsch. Fragment einer Schneefuchs-Schweberampe? Hä? Schweberampe? Wofür brauchen wir denn eine Schweberampe? Seefuchs... Schneefuchs... Schweberampe... Wofür ist das? Ich habe ja immer noch nicht genug Teile dafür. Der Gabelstapler! Ich weiß noch... Wow, wow. Wir haben die Rampe, aber nicht den Schneefuchs. Immer noch nicht, ne? Heh. Schneefuchsilein, du bist zu klein und fein. Zeig dich doch mal, du kleines... Scheißerlein. Du bist zu blöd, oh nein. Kommt doch rein, das ist fein. Okay. Hier ist nicht kalt, na nö. Robotik Vieh. Ähm... Aha. Aha. Sam loved working here with her Spy-Pinglings. Do all humans like work? The lucky ones do. Heh heh. Are you lucky? I used to think I was. Im Ernst? Fuck man, eines Laserschneiders? Hey Sam. Oh, hey there Pengling buddy. Hi Fred. What brings you this way? I was just passing by. Lillian wanted a hand with a deep dive out in the bridges. You know, I think she's right. There is some weird stuff out there. The clicking sound? The clicking sound? This must have been Sam's room. Missed. But, something's not right. Hi you. How's everything at Pengling Central? Oh, fine. But, I haven't heard anything since giving the footage to Zeta. It's been what, a week? Did she promise you a report? No, but I expected some kind of reaction. Maybe I should take it up with Emmanuel. It is Karah after all, and it could cause a lot of suffering if it got out. And why would it get out? We have professional containment and know how to neutralize it in an emergency. Sam, I love you, but you don't know what you're talking about. You love me? Wait. Why do you know so much about this? It's my area of research. Why are you being evasive? I'm gonna tell you something, and then you have to drop this crusade you're on before you damage your career. We're researching the bacteria. What kind of research are you doing? I don't want you to worry about this. We are aware of the possible downside, but they're far outweighed by the potential. That's as much as I can tell you. Sam. I need to think. I have to go. Ah, guck mal. Äh, ja. Pass auf, wie ihre Freundin meint, ja, wir forschen an Bakterium, oder das ist falsch. Und sie meinte so, das soll man nicht machen. Und sie so, keine Sorge. Ist ja nicht so, als wenn wir vorbereitet sind, es in Quarantäne zu begeben und es zu vernichten, wenn was passieren sollte. Ist aber auch nicht so, als wenn, als wenn Forscher beabsichtigen, dass ein tödlicher Virus ausbricht, wie bei all möglichen Zombiefilmen. Ja, ist ja nicht so, als wenn das, als, das Gegner schief. Ich meine... Karte des Gletscherbanks, warte mal, jetzt hab ich eigentlich mehrere Karten? Hey Sam. Oh, hey there pengling buddy. Hi Fred. What brings you this way? I was just passing by. Lillian wanted a hand with a deep dive out in the bridges. You know, I think she's right. There is some weird stuff out there. The clicking sound? An SOS. I heard it with my own ears. So you think she's right? There's intelligent life down there? I don't know. I'll leave that to you scientist types. This scientist is more at home with these penglings. But if my sister was here, she'd be all over this. Wait, are you telling me you're not the brains in the family? Oh, my family has many different brains. Like a... A Hydra? Uh... Well... Shhh... 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 Oh, yeah. Actually, I like that analogy. Makes it hard to get along sometimes, but... It's never dull. Shhh... 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 Guck mal, das ist Nummer 5! Das ist meine alte Boye! Auf Shop Nautica, why!? Warte mal, sagt. Nicht. Das ist... Bin ich. Hover Ball... Thermoanzug, mhm. Ach, als ob wir den brauchen. That was it, oh. Oh, da ist Musik. Nerd out, diving too deep. Team beginnt mit T. Na, da muss ich ja lesen, ist ja voll gay. Äh, 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 komm, wir gehen hier raus und gucken mal, wir gehen mal hoch. Schneefuchs Teil 3, wo bist du denn? Zeig dich zu mir, zeig dich mir, entschuldigung, zeig dich mir. Hm, oh ja. Stargate. Wann haben die das hingefunden? Davon haben sie nicht gesprochen, oder? Da geht mein Roboter ja gar nicht drauf. Erbauer-Teleporter. Hm, okay, Energie. Hier ist nix, da ist nix. Vielleicht müssen wir hier bei Energie drauf tun, aber das sagt halt gar nix. Ist das das Sekundärtor, oder was? Guck mal, warum reagiert jetzt mein Typ denn nicht drauf? Das ist ja seltsam. Vielleicht ruft er ja noch an. Dennis ruft an. Bei Tür denk ich immer direkt, wenn schon Zombies sich dagegen klopfen. Nööööööööööööööööööööööh. Verwaltung. Ja, sieht nicht mehr so gut aus nach Verwaltung. Bilderrahmen. LOL! Och! Ach ja! Ich kann ja wieder ein paar Zuschauerart reinpacken. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe aber nichts mehr bekommen. Treffen mit Zeta. Thermoskanne einsammeln. Küche. Kühlschrank. Bauen wir das? Ja, vielleicht, ne? Für... Ah. Ich glaube, das Spiel wird das Thema bewerben. Also, ich wollte euch etwas fragen, kurz bevor Zeta zurückkommt. Und wir spielen. Es geht um die Kaverne. Mit dem Leviathan. Ich habe die Investitionen und... Du hast die Investitionen? Wenn? Ich habe dich nicht gesehen. Vielleicht bist du im Bett, oder beschäftigst du die Inappropriate Sea-Creaturen. Es sind Kunst. Insofern, ich habe es gesehen, und ich glaube, wir haben Grund, um zu beantworten. Es war nicht so lange, dass dieser Planeten nicht inhaltbar war. Aber wenn wir zusammenarbeiten, können wir sie ein Ende für die Koraal-Mutation-Experimenten machen. Ich bin nicht mit dem Wissen. Samantha, du bist Paranoid. Komm schon, Sam ist weg. Sie hat unsere Sicherheit in der Hand. Und die resten von uns nicht? Zeta! Wo bin ich denn jetzt? Ich bin ganz links. Genau. Alter, da gibt es noch so viele Einrichtungen. Ich glaube, bei der war ich noch gar nicht. Obwohl, das ist doch, 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 da waren wir schon. So, wie komme ich denn? Ich bin jetzt hier. Irgendwie da rum. Das ist das Tor. Ich gehe mal gucken. Oh Gott! Noch mal abgefallen. Ich glaube, es hackt. Lalalala, wir marschieren den ganzen Tag. Ich glaube, das Spiel geht davon aus, dass ich... Warte mal, warte mal. Ich bin überladen. Wir müssen zurück. Sollen wir mal versuchen, durch diese Eiswand zu bohren? Und die Eiswand ging irgendwie da lang, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Wackelt aber nicht. Ich glaube, es muss wackeln. Eis... La... Lali-Pulli. Marmor-Anemone. Marmor. Okay. 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 Pfadfinder-Werkzeug. Ach, endlich! Boah, das ist voll das Relikt. Das ist so ein Seil, mit dem ich nämlich nicht in den Tunnel verirren muss. Das habe ich am Anfang echt gebrauchen können, aber jetzt... eher nicht mehr. Ja. Wir parken mal hier. Oder wir gehen jetzt mal kurz nach Hause. Und kommen nachher wieder. Oder ich mache das jetzt fertig, weil... Ich glaube, wir bauen uns jetzt... Na, lass mich überlegen. Ich könnte nach Hause fahren. Das Fabrikator-Modul bauen. Wieder herkommen. Diese Brücke reparieren. Und auch zum Beispiel andere Sachen fabrizieren. Die Sache ist... Was ist, wenn ich jetzt da hinten wieder zurückgehe? Und dann müssen wir wieder irgendwas bauen. Deswegen, lass uns erst mal erkunden, würde ich sagen. Ich muss mal gerade ein bisschen absinken. Obwohl, wir können ja erst mal drehen. Warte, ich... Wie rum dreh ich da am besten? Ich glaube, ich drehe so... Einmal Überschlag! Schaffst du schon! Ich bin stolz. Die sind so hässlich, oder? Durch die Eiswand würde ich auch gern durch. Oh, hier hochzuspringen wird ein bisschen schwerer werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Nicht nur den Wurf haken. Ich muss gerade erst mal... an den Vorrat. Die lasse ich mal hier. Den kann ich ja einpflanzen zu Hause. Äh... Warte, ich nehme mal lieber zwei mit. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Das auch. Das auch. Das... Das... Ich nehme mir mit. Das bleibt hier. Ein extra Wasser, oder? Oh, dieses blöde Klingel von diesen bescheuerten Quallen. Nein, ihr seid liebe Quallen. Entschuldigung. Entschuldigung. Sorry, guy. Ich bin der Beste. Ah! Oh, das wäre es jetzt gewesen. Wir haben noch... 89 Strom. Kein Problem. Himmel. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo? Hallo? Kann mich jemand hören? Ich bin nicht von Altera! Oh, ist das Gold? Naja, davon haben wir jetzt genug. Esel! Esel! Echu! Aldemar ist der Beste! Oh, krass! Oh, lullu, lullu! Amen, o me Nostradamus! Klato, verata, nektarine! Ich habe meine Hoden lange nicht mehr, um meine Stimme so schön zu lassen. Okay, wir gehen raus! Oh man, schnittst du mir leid! Ich glaube, das war einer der... Ach, das ist geil! Ich glaube, wir gehen falsch. Das war schon auch wieder der Fred. Was war das? Habt ihr das gehört? Was solltest du denn immer mit diesen... Oh, das ist eine andere Landebucht. Das ist aber nicht das, wo ich hin wollte, ne? Oh, guck mal, da müssen wir dann hochspringen. Ne, 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 ne. Aha, sieh mal einer an. Das sind immer Penguins! Okay, wir gehen mal zurück. Okay, ich muss mich jetzt rechts halten. Ich muss mich jetzt rechts halten. Mann, schon wieder Höhlen. Oh, warte, 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 warte. Hallo? Ach, das ist... Okay, äh... Okay, warte mal. Wir können hier rein mit dem Robby. Warte mal. Warte, warte, warte. Oh, da ist es zum Rausgehen gedacht. Wir gehen erst mal weiter, okay? Okay, weiter geht's. Echo! Ja, ja. Was sind das hier? Oh, da ist es. Ah! Ich will wieder ins Wasser. La la la. Aha, das ist noch eine Leiter. Aber ich wette, die führen nur weiter zum Ziel. Entweder müssen wir jetzt hier rein. Ne, wir müssen weiter. Also ich verliere nicht so oft den Überblick. Aber jetzt habe ich echt keine Orientierung. Scheiß Schnee, war ja klar, dass er jetzt kommt. Ach scheiße, im Ernst? Das gibt es doch nicht. Ich bin hier. Und wir wollen... Aber was ist da? Penguings? Aber was ist da? Und was ist das hier? Ne, ne, ne. Wir müssen zurück. Also wir gucken entweder von hier da drauf oder von hier da drauf. Ich glaube, wir sind hier. Also gehen wir jetzt zurück. Ne, halt, warte. Da ist das Schiff. Unser Schiff liegt da. Wir gucken nach Norden. Wie? Dann ist die Karte falsch rum. Wie? How is this? How is this possible? Dann ist das Norden. Und wir gucken von hier nach... Ah, verflucht nochmal. Ne, ich bin im Kreis gelaufen. Ich wei schon. Ich geh jetzt mal grad da unten gucken. Jetzt reicht's. Ah, Penguins! Da ist ja auch noch ne Höhle. Ah, ich geh mal lieber ohne den rein. Aha. Jetzt ist aber die Frage... Ah, oh Gott! Da ist ein Tunnel. Warte mal. Entschuldigung! Ich dreh mich mal nicht um. Ey, ich geh jetzt einfach mal, ne? Oh, guck mal! Oh, ich geh lieber mal. One Baby! Oh Gott! Oh Gott! Er hat mich angegriffen. Das habt ihr gesehen, ne? Er kam direkt auf mich zu. Oh. Okay, warte mal. Ähm... Oh, oh. Zeugen. 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 So, warte mal. Jetzt waren wir hier schon. Das weiß ich. Ne, hier waren wir noch nicht. Da ist was. Es tut mir sehr leid. Kann ich dich mitnehmen? Oh. Ich habe deine Mama getötet. Ihr Fein. Oh. Ist wieder Archie gierig. Ist nur ein Spiel. Ist nur ein Spiel. Schnee. Ich brauche immer noch diesen Penguin-Kacker. Okay. 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 Ich glaube, die Dinger markieren immer, wenn man mit einem Pengueng... Ich glaube, wir müssen nochmal wiederkommen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh, ich habe es gefunden. Abgefahren. Und das ohne Thermoanzug. Sprungmodul, Schneefuchs, wow. Achtung, ich erfriere gleich. Drei-Wetter-Schnee. Die Frisur hält. Das ist schon ziemlich cool. Oh, scheiße, ich muss hier aufhören. Es tut mir lau... Tut mir leid, liebe Freunde. Das Blei. Zwei-Magnetit. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Subnautica. Haut rein! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.